Genau, jetzt sind wir wieder einige hier. Jetzt müssen wir wieder... Oh, jetzt wird's spannend. Okay, ich drück Start. Ich würde mal sagen, äh, warte, lass mich ganz kurz gucken, ob es noch irgendjemanden gibt, der mitmachen will. Aber ich glaube, das ist soweit alles fein. Deswegen, go, 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 gib ihm. Let's fucking go. So, scheiße, hab mir immer noch nicht überlegt. Okay, ähm. Oh doch, ich hab eine super Idee. Behaupte ich einfach mal. Okay, machen wir es ein bisschen einfacher. So, da, da bin ich gespannt, ob man das hinkriegt. Oh, jetzt wieder so ganz schwierige Sachen hier. Ach, du Schreck. Ähm. Okay, 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 das ist sogar machbar. Okay, gucken wir mal. Ähm. Ach, du Schreck. Ähm. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber wie soll ich das zeichnen? Okay, von dem Lettesten an. Oh, kein Stress. und während des nieders doch nicht war dass ich war dass ich war dass ich war das ist doch nicht schlimm wenn alle so still sind genauer mal nie ziehen dass solchen aufgaben muss man sich konzentrieren zum teil schon mann wie mache ich das denn am schlauesten jetzt habe ich wieder hunger okay ich weiß ob das irgendwie nicht wie mache ich das dann es könnte auch wieder jedes tier sein es könnte auch wieder sein das ist ich und meine bären so hier männer noch das ist kein wettkampf ich habe nicht viel zu zeichnen ich kann es ja noch mal ein bisschen schöner machen wie tauglich wie tauglich naja das ist genau aussieht weil es uns okay ich bin mir ziemlich sicher dass ich es habe ohne dass ich das ich genau weiß dass du geschrieben hast aber ich bin weil sie daher red so schnell war würde ich davon ausgehen dass er meins gekriegt hat ich habe dann ich habe jetzt mit ganz weit dem hinteren doch nicht könnte mal reingucken ob du sagst er kann sich überraschen lassen aber mich würde es nicht wundern ist jetzt die große preisfrage ist das hier weiß schwarz gestreift weiß schwarz gestreift schwarz weiß gestreift hier ist es schwarz weiß gestreift schwarz weiß gestreift okay schwarz gestreift Das ist ein Däufig. Das ist ein Däufig. Es ist ein Däufig. das hat ein ende das bei mir durch sie ist das hätte man früh fertig ist okay so viel zeit gebraucht gerade was heute überschreibt nicht ich muss noch schreiben viel spaß beim beim das zeichnen das ok mit was ich jetzt mal so dass das weiß ich glaube ich ach du schande das aus so nicht okay nie Na ja, fast. Okay, das mache ich mit dem Kreis. Und das muss reichen. Dann kennt man. Wir haben einfach mal ein bisschen abgemalt. Oh, nee, warte, das mache ich bildlich. Jawohl. Okay, ich kann das hier noch ein bisschen. Können wir euch mal ein bisschen mehr gucken, nur eben bei. Okay, ein bisschen mehr Müll gegeben. Ein bisschen. Jawohl. Hey, es ist Josh, grüß dich. Hey, es ist, was ist ein Hey, es ist für ein Grüß? Was ist denn? Läuft bei dir. Hey, es ist Josh. Ja, wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Sache ist dann. Ja, ich nehme an, dass das so, weißt du, Lady Moon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Schlangenmuster ist. Wow, ich bin auch zufrieden mit meiner Zeichnung. Oh, das ist toll. Was ist das? Oh, toll. Oh, was ist das? Okay. Mein Zeichner ist nicht ganz fertig geworden. Das wird ja spannend jetzt. So. Okay. Jetzt ist das mal ein. Okay, jawohl. Oh, das ist gut. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, irgendwie. Okay. Wie sieht sowas aus? Das kriegen wir hin. Wie sieht sowas aus? Dann bin ich schnell mit fertig. Finde ich gut. Bitte was? Okay. Und jetzt wieder nach zwei Sekunden schon fertig. Hier ist es. Ich bin jetzt halt noch. Ich bin jetzt nochmal noch. So ist sowas halt noch. Okay. Ich bin jetzt noch. Hmm. Hä? wie sieht so ein tier denn aus so ja nee war schon richtig ich mache mir das jetzt gerade als aufgabe das in einem schwung zu zeichnen deswegen in einem schwung ok du machst jetzt schon das tier kennt man und ist klar was gibt es denn so auf twitter neues ich wusste noch mal nicht mehr viel zeit übrigens nicht mehr viel zeit danke die hälfte der zeit ich hoffe halt das was ich gemalt habe ist das richtige weil ich habe ein sechstel der zeit ein siebtel der zeit ein achtel der zeit wir hoffen auch dass wir das richtige erkennen was wir da schreiben aber was ist das okay ich glaube ich weiß es vielleicht ein bisschen zu viel rein ja fehlt ein buchstabe bei mir sollen die noch am ende sein okay dass man sich weiß was damit meint ist aber ich mal das jetzt mal so sehr schön dass ich das hinkriege bisschen okay dann schauen wir doch mal wird es auch irgendwie hingezeichnet bekommen jetzt habe ich wieder zwei sekunden fertig und dann bin ich schneller ist das ist so hoch Okay, das ist doch gar nicht so schlecht. Verdammt. Oh, der Picasso hätte gerne die CAD-CAM gesehen. Schauen wir doch mal. Das kriegen wir doch hin. Kriegen wir auch gleich hin. Hm, wie mache ich das denn? Oh, warte, ich mache das mal anders. Kriege ich das jetzt noch. Ja. Jawohl, CAD-CAM mache ich auch gleich, keine Panik. Muss ich gleich mal schauen, wo der, wo die Flausche sich rumtreiben. So, okay. Okay. Dann machen wir hier noch irgendwas draus. Hoch. Okay, mache ich vielleicht nur das Richtige dazu, wenn ich noch Zeit habe. So, ja. Und so hier. Und so hier. Und so hier. Hoch. Das hat nicht geklappt. So, kleinen Moment. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Kleinen Moment. noch so viel zeit dass ich noch mal noch was zusätzlich dazu krampf in der hand zu lange keine maus mehr in der hand gehabt keine ahnung so in der art ich glaube das ist okay so ich habe keine ahnung was es ist also es ist schwierig wenn du selber keine ahnung dass das ist ja genau das kann erraten ich weiß nicht immer dass ich das besser zeichnen könnte ja wenn selbst der künstler keine ahnung hat davon eine künstler keine ahnung hat was er gezeichnet hat wie sollen dann später die leute im kunstunterricht das interpretieren können das ist genau dafür da damit sie es interpretieren jawohl habe mir was zu vorderen geholt was ist passiert ich habe nur gefragt wie es dir so geht ich hoffe jetzt besser ich hoffe du hast jetzt eine krankheit von von letzter woche einfach gut überstanden und das generell als feines und da ist der ticke auch zu sehen der ticke ist aber nicht mein einziger kater ich habe nämlich ihn hier und dann habe ich dann noch die lilly die ist auf dem anderen kratzbaum hinter mir oben und die chillen da einfach gerade gemütlich so in der zeit immer schnell in den akku geförter dampf und energy geholt ich jetzt gerade fast gefragt nur den ganzen raum den ganzen raum drum herum gemalt das ist in der zeit ich habe vorgebe ich habe vorgewickelte kreis aber nein der geht noch der ist noch mal josh kreis aber ich bin aber hier noch zu jung ich bin riesig ich bin riesig okay was sehe ich ich weiß ich weiß nicht mal was ich sehe okay warum ist das da okay nicht ganz das ist das letzte mal zeichnen mit das richtig sehen wahnsinn das letzte bild okay bei der zeit der welt ich kann das und die ausmalen sieht ja bisher kann ich mal so bescheiß aus da 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 und das sieht ja süß aus und und Uff, Quark. Wie meine ich jetzt das? Wie meine ich jetzt? Ich glaube, das reicht so. Ach egal, ich lasse das jetzt so. Das ist die richtige Einstellung. Ich habe einen Buchstaben falsch gelesen und das macht jetzt so einen Unterschied. Da eine Buchstabe, was so einen Buchstaben falsch gelesen hat. Egal. Okay. Okay. Nööööööö. Jetzt müssen wir noch die letzte Beschreibung machen und dann können wir uns doch mal alles anschauen, was wir heute Abend alles zusammengebracht haben. Aber ich merke schon, jedes hochkonzentriert, weißt du, die Energie ist schon ein bisschen runtergefahren. Alle sind erst mal schon so langsam im OK Feierabend Modus BioNTech. Okay. Oh, cool. Nicht Sputnik 5. Okay. Bist zufrieden? Bist zufrieden? Bist zufrieden? Bist zufrieden? Bist zufrieden? Bist zufrieden? Mein letztes Mal ist sehr minimalistisch geworden, aber ich glaube, die ist ausreichend. dass die Zahl nicht anfangen ist. Und jetzt gibt es die Auflösungen. Oder was? Den richtigen E Youth Music auf BioNTech. Ne noch einmal einen Satz vor superbem tec. Ok. Oh ok. Aber häääääää. Ich seh, ein Meme hat sich weitergezogen. das ist ja okay ja okay so gut das eine konnte ich nicht und auflösung die computer stimme vorlesen scheiß auf die lustige stimme ohne stimme das machen wir jawohl was hat sich das ausgedacht eine grafik bei werbild millionär nein ja jetzt weiß ich was angekommen ist okay das ist schnell ist das ist das ist das gestorben sie hat das schön gemalt toll nicht angenommen ich glaube ich weiß was sich das geändert hat ich habe an das deutsche gedacht weil dann hat er ist nämlich daraus gemacht okay ja okay hat einfach mal sich gedacht klasse ich habe keine ahnung wie spanien aussieht also das ist weg ich wusste nicht was es war die abkürzung ja es waren ja doch es sein können ist das okay außerhalb von corona noa malt außen corona sicher vor keimen das ist ja genau 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 der noa verabschiedet sich auch er sagt gute nacht ihr lieben mein internet ist leider weg ja perfekt ich habe es gespeichert hoch am fahne vor red red liss als iron man nein das finde ich sogar das ist mir der liss ist irgendwie durchgekommen aber aber unsere erleuchtung in der ah kitty es ist mir alles falsch gelaufen ah flashless flashless möchte zu brennenden haussprinten okay oh wie cool ist das denn alter zizi what the fuck ja das ist auch wieder geil liss als flash rennt wie ein blitz in ein brennendes gebäu boah wie geil alter aber der rennt nicht mal rein ey jetzt wird er raus naja weil du musst ja wieder raus aus dem haus hahaha sehr schön ok leer ok lass nur das internet Thomas internet weg aber komm mein iron man ist gar nicht so schlecht geworden ja die und twizzler auch wieder mega gezeichnet voll cool als flash ok thoram fahre fort hast du dir twizzler denn ausgedacht super gratik phone man bemalt die welt oh das kam nicht an oh caro aber ich weiß aber was draus geworden ist ja super gratik man wow das ist alles toll endlich mal schöne umsetzen und die ja wirklich das ist echt schick schick hübsch da wurde ein weibiger bros draus aber auch gezeichnet eine frau mal die erde im weltraum ja weil das im weltraum wegen weil es schwarz ist ah wow 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 nice ja kennst du nicht nicht schlecht ok Thor haben das auch wunderbar gemalt da ging mir langsam die zeit aus irgendwie vor allem der mensch der lister gäbe ein blonder mensch anstatt das als mädchen eindrücken zu in den langen haaren pferd und zebra teilen sich spagetti wie süße und streue ich nein ah da spagetti kann ich durch was das war das team amen ok ok ich wundere mich dass das zebra durchgekommen ist ah ah ja aber ein Zebra und das Känguru hat aber geklappt trotzdem noch ja aber das ist das Känguru war halt nicht vorgesehen sup gut sup ey nein hat im Prinzip meins gemalt nur ausgemalt ich raste aus ach stimmt die Zebra hätten hinten noch Haare auf dem Kopf das ist eigentlich eine gute Idee die habe ich vergessen ach das kam von red ach sup si si hat daraus ein sup gemacht ich wusste nicht was es ist und sie schreit aus was braunes redent der Rex hat versucht dass das ein Beutel ist weil ich kaum Tiere waren kann so gut sup sup ist die ist die Kurzform von whatsapp hm geil so go go ok Thoram fahre fort wundervoll aber wieder er im Solarium nein dann oder ich glaube ich weiß was was geworden ist ok bei mir hängt es ich bin mal gespannt ob es bei mir gleich mit Schlangenmuster braucht noch 15 Minuten wow auch bei mir hängt es gerade ja genau da ging mir auch die zeit irgendwie wurde noch erkannt lecker jetzt habe ich schon mal so okay ich muss auch noch mal nachschauen regenwurm solarium ach jetzt weiß ich was daraus geworden ist vor allem regenwurm solarium wurde ein grill mit schlangenmuster braucht noch 15 minuten dass mir das schläge schlangenmuster muss bacon sein begriffen begriffen schicken auf dem sehr gut aussehenden grill alter twizzler wie geil ist das denn er habe ich mir auch gedacht da kriege ich ja hunger aber ich dachte echt eine schlangenmuster auf dem grill das war für mich eindeutig bacon das ist auch nicht leicht ich hätte ich wäre für blau gegangen als ob ich nicht kenne ja du wie die leute hier manchmal sachen beschreiben ist schon sehr sehr erstaunlich aber wie makaber das wurde mit regenwurm solarium einfach nur gleich ein stück gleich auf dem grösser so mann okay erlistert einfach hunger um die zeit das ist das problem toge haben du ganz fortfahren mal schauen was die karo sich ausgedacht hat das ist doch inspiriert an dieser bad spencer szene wurde wurde hier im babybett liegt und ja es kam bei mir an münchner bad war nicht schild mit der blauen schwimmbrille liste zu der baden wandel schauen schaut aus dem schaut aus dem elf die katzen im park gemalt ach das kann das kommt dann später nochmal ach du schreck das kommt später noch mal okay schauen wir mal fahre vor ort choram was der zwerge sich ausgedacht hat liste deinen streit mit gott persönlich okay das ist ein teil angekommen also bei mir gar nicht mit gott persönlich der bärtige mann schimpft den muskelengel auf der wolke muskelengel auf der wolke aber auch nicht schlecht wird der hermann beschimpft den engel auf der wolke opa das ist ein fehlter aus der app aber dem mann ist vielleicht auch für caro hat es gemerkt ja teufel ist dein engel super Ich bin ultra begeistert. Josh, ich bin auch so begeistert. Kitty. Okay, Kitty. Liste in der Welt von Monstern mit einem Langschwert. Das habe ich eigentlich als Erster. Niemals. Ich habe keine Zeit, meine Liste zu zeichnen. Die Liste ist irgendwie verschwunden. Aber trotzdem, geil. Jemand. Jetzt ist doch schon ein Jemand. Gegen ein Dreck. Ein Dreschen. Also ich habe aufgrund dieses Schmerz gedacht. Oh, Thoram. Du hast ja eben einen Monsterhändler. Das habe ich bekommen. Stan hat sich schon gedacht, da hat man für den Monsterhändler die Katze nicht gedacht. Die Liste der Drachenkämpfer beschützt seine Katze vor dem Drachen. Wie geil ist das denn? Du bist ein Ticker kämpfen mit deinem Schwert gegen den Drachen. Alter, seid ihr geil? Wie geil ist das denn? Mit einem Schwert. Das ist das mit einem Schwert. Oh, schade. Wie der Ticker einfach mal ein eigenes kleine Schwert bekommen haben. Ist ja sehr schön. Das ist ja lieblich. Alter, Verwalter. Bei Monsterhunter werde ich wach. Hatte Morgenstelle heute nämlich auch gespielt. Bei ihm war ich nämlich heute schon zu Besuch. Das sah das ungefähr so aus, ja? Es war so eine Arena und da war da so ein Drachentyp und den kann ich nicht zeichnen. Und der war total cool. Und der Morgenstern ist ein paar Mal gestorben. Es war echt ein richtig schöner Nachmittag. Ich kam da halt drauf, weil ich es halt momentan so hart suchte, das Spiel, ey. Ja. Ich habe dir ja gesagt, ich glaube, dass ich deins habe. Ich habe es dir gesagt am Anfang. Ja. Siehste. Eigentlich recht. Nice. Okay. Thoram, fahre fort. Schauen wir uns, was die CC sich ausgedacht hat. Fliegenpilz träumt davon, endlich fliegen zu können. Ah. Das schaut bei mir an, ja. Bei mir auch. Ja, das habe ich den einen Buchstaben mal falsch interpretiert. Das hat alles verändert. Ja. Am Ende. Wow. Oh, Sean wieder total schön. Schau mal, wie goldig der aussieht. Ich kann es gleich mal erklären. Fliegenpilz träumt vom Fliegen. Ah, da sind die Fliegen. Der ist doch wieder von. Das habe ich gekriegt. Oh Mann, ey. Das ist alles so gut, ey. Das ist auch mega. Jawohl. Siehst du, ich glaube, das ist ja perfekt. Wow. Wow, Alter. Und ich habe es dann versaut. Das wäre schon, ich habe es versaut. Ja, das ist Fliegenpilz schläft und träumt von. Ich habe das M nicht gesehen. Ich habe gesagt, von Fliegen. Also träumt von Fliegen. Das ist von. Aber das ist doch ein süßer Fehler. Das ist doch süß. Wie das M alles bedeutet. Ich finde das so genial, wie das M alles ändert. Also von Fliegen und vom Fliegen. Das ist ja auf einmal. Ja, sehr geil. Okay. So, da steht es ja wieder. So, da fahre fort zur letzten Begrifflichkeit. Ach, deswegen. Mit einem bunten S. Ah, okay. Ah, da wurde. Ah, jetzt verstehe ich es. Okay. Da wurde der Ring genommen und raus. Auf einem Fahrergebigen S auf einer Wiese. Yeah. Oh, geil. Jawohl. Das ist so ein bunten S im Gras. Perfekte Beschreibung. Jawohl. Caro hat das auch gemalt. Das S wird immer flacher. Das S wird immer immer flacher. Spiel mit einem bunten Schal. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie zu Hölle mal ich einen Schal. Sehr schade. Aber es sieht immer noch aus wie ein S. Ja. Aber es verflüssigt. Aber es verflüssigt sich immer weiter. Das ist, das ist, das ist, das ist, ja. Hey. Auch cool. Geht nicht so geil. Geht nicht so geil. Geht nicht so geil. Es war groß und es war artig. Es ist großartig. Ja, und freut sich Regenbogen. Hat es jetzt gerade das letzte einer gespeichert? Ich kam jetzt nicht dazu. Der Toro war leider schon weggezogen. Nee, ich habe es nicht gespeichert, Alter. Ver Zufall. Niemand? Macht nichts. Aber jedes Tages braucht es auch keiner. Wir haben es alle gesehen. Die, die da waren, das war ein exklusives, ja. Ja. Nur die, die da waren, haben es gesehen. Ich habe es auf Video. Ja, genau. Wir haben es ja eh. Okay, aber das war jetzt klasse, Leute. Das war jetzt richtig, richtig super. Das hat jetzt nämlich Spaß gemacht. Und so tolle Zeichnungen auch wieder. Alter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.